UNTERTITELUNG 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 Lass mal schlafen. Nee, komm, lass mal küssen. Komm, das ist doch halb. Nee. Echt jetzt, ja? Ich hab Robert Seifert getroffen am Glasentreffen. Er hat mich früher gebabysittet. Der hat einen Job an. Nee, das ist toll so grundsätzlich. Aber willst du dann gerade weg? Ja, da kommt noch Martin. Sehr guter Freund von mir. Und seit drei Jahren noch mein Schwager. Hallo. Kennt ihr euch? Kriegst du im Griff, ja? Wollen wir vielleicht jetzt mal reden? Worüber willst du nur reden? Naja, es tut mir leid. Ich würd's gern einfach nicht so großartig. Okay. Dinge für den anderen nicht tun, das rächt sich immer. Was? Das klingt an, ich hab da rein gehauen. Es gab Irritation. Wir haben nicht das selber empfunden. Ich hab das gar nicht gemerkt. Das war ein bisschen, weil ich auch sehr glücklich bin. Ich hab das gar nicht kennenzulernen und immer mit einer Arbeit total ab. Die Frau ist gerne einfach nicht so großartig. Wir haben eine Frau, die Frau, die Frau, die ich weiß nicht. Es gab die Frau, 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 die Frau. Das ist wichtig. Das war nicht so großartig. Untertitelung des ZDF, 2020